Die Dicke Bärter Die hier, wo ist sie? Oder ist sie jetzt tot? Aber sie hat sich gerade selbst geheilt Ich bin aber ganz ehrlich, ich würde das echt gerne wieder online stoppen Vielleicht muss man mal einen Kumpel von dir oder so fragen Der es vielleicht hat Oder holen würde Dann hast du wieder jemanden Die Datensätze Ich bin ein bisschen Out of money Wir wechseln mal lieber auf das Ding hier Achso, die Online-Server sind komplett down gemacht worden, oder wie? Oh, dann Wenn die runtergenommen wurden vom Netz Ja gut, dann kannst du es vergessen Oh, achso werfe ich das Ding Gut Naja, egal Das brauche ich hier Brauche ich eigentlich hier gar nicht Das hätte ich Das wäre wichtig online Das Ding da Oh, oh, Leute Wo sind denn wieder meine Leute? Was macht ihr hier hinten? Hallo Steht ihr da am Feuer und träumt, oder was? Ich will mal essen Guten Hunger, René Guten Hunger Lass es dir schmecken Mein Lieber So Kommt der Rest von euch, oder Was macht ihr? Macht sie da hinten überhaupt? Steht da Steht da Und macht nichts Ja, wir haben ja vorhin geredet über Wie gute KIs Wie gut sie sind Wie ist du weg? Junge Jetzt auch interessant, wie viel Zeit wir uns lassen können, hier ruhig uns umzuschauen Wer dem die ganze Bude abfackelt Ach ja, das ist auch sehr schön Da sind Datensätze, nehmen wir mit Wer kämpft denn hier noch? Gegen wen kämpft ihr? Ist auch geil Du spawst einfach mitten in den Flammen Das Das ist ja Mein Ding Wird bestimmt nur leicht warm Ja Ja, guck Better Wird es auch leicht warm Bleib nicht in den Flammen stehen Ach Das gibt's doch nicht Das gibt es Oh Hi Aua Damit Hab ich nicht gerechnet Hallo Beruhige dich Junge Junge Ja Haben wir's gleich Hallo, es sind auch noch andere da Schlag auf die Ah, ich brenne Ich brenne Ich brenne Ich brenne Hunter Coole Gegner Ja Also sind mir eine Liebe als die Licker Die halten so viel Schaden aus, die Hunter, ne? Okay, aber der Licker auch Das ist doch so ein Antivirus-Spray Falls einer von euch Okay Auf was schießt der wieder? Wenn ich fragen darf Äh, ich will die Munition Ich will mich da nicht so gegen lehnen Also die Spielmechanik ist auch wirklich manchmal zu wünschen übrig Oh, das ist eine Mine Ich trotter Oh Gott Jetzt kommen die Anfängerfehler hier Hallo Okay Einfach nur zur Sicherheit Nehme ich die doch lieber mal weg Man weiß nie Nehme ich die doch mal weg Nehme ich die doch mal weg Wechsel Dann schießt die so ein halbes Magazin drauf So Ah, den Level erinnere ich mich doch im Online-Modus Hier draußen Also das reine Deathmatch oder was das da gab Nemesis-Jagen und was nicht noch alles Überall Erste-Hilfe-Sprays Hallo Ja gut, dann Holt euch keine Erste-Hilfe-Sprays Holt euch halt keine Ein Repetiergewehr Ich bleibe mal einfach bei dem, was ich gerade habe Komm Oha Ja Hallöchen Oh, Granate, Granate Au So Easy Schön Entschuldigung Lassen Sie mich mal gucken, ob da was rumliegt Aber Nö Picsherz Vielen Dank für deinen Follower und herzlich willkommen Ich bin ehrlich, das habe ich schon Letztes Mal gesagt, wo wir es gespielt haben Ich hatte es gar nicht in Erinnerung, wie groß verschiedene Missionen Also, wie lang verschiedene Missionen immer sind Ich dachte, das wären immer so rucki-zucki kleine Missionen Aber manche von denen sind wirklich gar nicht so klein, ne Der hat keine Arme mehr Die Arme Ich hasse es Nichts zu sehen Eigentlich einfach gucken, wo sie hinschießen Dann kriege ich irgendwann mit, von wo Hier wahrscheinlich angegriffen werden Ab Da hinten Ist das nicht ein EMP-Ding? Doch EMP-Gesichert Einer noch Wenn ihr die letzte EMP-Ladung wollt Holt sie euch Miss Nikolai Wolfpack Erledigt den Wir brauchen den EMP Junge Ruhigt euch Weißt du? Jetzt bin ich eh infiziert Jetzt kann ich auch weiter in den Nahkampf gehen Wenn es sein muss Hier, komm her, Lupo Lupo Lupo, bleib stehen Hallo? So 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 Er hat ein Snipergewehr Wir brauchen unbedingt Deckungsfeuer, damit wir weg können Wir hätten vorher noch den restlichen EMP einsammeln müssen, ne? Ah, naja, egal. Na ja, ja. Egal. Rikitan, vielen Dank für dein Follow-on-Touch willkommen. Natürlich will mein Kunde die Informationen und wird dafür bezahlen. Und niemand wird mich aufhalten. Oh, okay. Ähm. Ach so. Klar. Klar kommen die Zombies aus dem Gräber, wenn er an den Glocken rumspielt. Das, äh, äh. Klingt logisch. Oh, kotzt mich doch nicht an, Junge. Mach ich doch nicht notwendig, aber egal. Egal. Einmal mehr geheilt. Ist nicht falsch, ihr Lieben. Oh nein. Ich bin infiziert. Kacke. Ähm. Hallo? Ich brauch... Ich brauch Hilfe, ihr Lieben. So. Ach, nee. Hier sehe ich ihn da leider nicht. Oh, kacke. Junge. Komm, zeig dich. Vorsicht. Granate. Au. Jetzt kann ich... ...dass hier mal einwerfen. Okay, das grüne Grau teilt weniger, als ich dachte. Wo ist er? Ach, jetzt ist es auf der anderen Seite. Junge. Entschuldigung, ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Was ist überhaupt mit dieser Waffe hier? Hallo? Ich will mir... Mhm. Ja, okay. Man merkt, die Steuerung lässt wirklich manchmal sehr zu wünschen übrig. Es ist... ...Hochteil einer Sekunde. Vorsicht. Komm schon. Ihr macht mir alles kaputt. Oh nein. Jetzt will ich wieder die. Bei denen, die... jetzt kriege ich wieder das Gewehr da nicht mehr aufgehoben. Wasch mich doch. Junge! Entschuldigung Ich muss einmal hier durch Ich muss, ne? Ähm, wo ist er? Jetzt kommt er wieder Nur so zwei Sekunden Lüft, ne scheiß Granate Jetzt ist er immer noch ein Fenster Okay, das hier ist gerade Sehr nervig, muss ich sagen Nur Munition auffüllen Und heilen einmal komplett Dann laufen wir sofort weiter Lobo ist schon hier drin Keiner weiß wie Hat hier drinnen schon aufgeräumt oder so Das Klavier spielt auch ohne Ja Diese Steuerung Sehr schön Hallo Gehen Sie mir bitte aus dem Weg Danke Zentrale EMPs sind eingesammelt Warten auf Anweisungen Boah, ein Pump Ah komm, wir nehmen mal ein bisschen Die Pumpgun mit Komm Oh, wir müssen hier lang Ups Geh da raus Geh da Oh Oh So Wird auch irgendwo angeschossen Was Oh ja Ist klar Ich blute Ist klar Ist klar Noch ne Granate Au Guten Tag Jetzt hätte ich doch besser Das Sturmgewehr gelassen Denke ich mir Granate Achtung So Aber ja Gegen Die KI steht wieder im Feuer Äh Gegen Zombies Ist das Ist die Pumpkanne Natürlich praktisch Muss man sagen Jetzt steht da auch noch einer hinterm Auto Sag mal Verarscht ihr mich Na ja Dann Nehme ich doch mal Die MP hier auf Ich blute sehr starr Hallo Willst du jetzt mit sterben Junge So Und sie läuft wieder vor Kann ihr aber auch nicht helfen Ich glaube man kann ihnen hier auch nicht helfen Den Leuten Das ist Das ist wirklich echt manchmal ein Ding der Unmöglichkeit Dann stehen sie wieder im Feuer Aber ja Immer das gleiche Immer das gleiche Wir wissen H genau Was das hier wird Das wird so eine Mission Verteidige die Stellen und bla 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 Nein Kacke Ich hätte mich heilen sollen Ich hab nicht mehr darauf geachtet Was ist das denn Sie schützen das Stromnetz Bitte sehr Komm schon Jo Verwendet nicht um Das ist kecke Wenn ich keine Munition habe Oh Die verwandeln sich alle in Crimson Heads Das ist noch kacker Hallo Grünes Kraut Okay man muss einfach drauf schauen Das hilft Ich hab wieder Munition für Finger des Todes Das ist noch eine Ladung Ich habe genug von euch Ihr Security Service Der Spaß endet jetzt Nikolai ist zurück Auf dem Steg Feuer Granate Dann hätte ich mich über das Spiel jetzt aber wirklich zu Tode glaube ich aufgeregt Oh Gott sei denn der ist doch auch hier davor gefallen ne Ich rufe eine andere Waffe oder Muni So Ich rufe eine andere Waffe Vieh Kann ich auch. Auch einfach das machen. Das war vielleicht keine so gute Idee. Das war glaube ich gar keine so gute Idee. Ich brauche was zu heilen. Das ist schön und gut. Hier ist eine Munitionskiste. Ich brauche aber was anderes. Ein grünes Kraut oder ein Erste-Hilfe-Spray wäre. Wäre gut. Kacke. Nein, das kannst du jetzt doch mal. Kacke. Ja. 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 Komm schon. Ich finde schön, dass sie so coole Finisher können. Ich aber nicht. Beziehungsweise schade. Sagen wir es mal so. Ich glaube schade trifft es eher als cool. Ich habe genug von euch, ihr Security-Service-Wunde. Der Spaß endet jetzt. Nikola ist zurück. Auf dem Steg. Feuer. Das gibt's doch nicht. Wo kommst du denn jetzt her? Junge. Ich sterbe wieder. Jo. Ich werde wieder sterben. Das ist Munition. Ja. Gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020